Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Factorio hier aus D-Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir befinden uns hier in der C-Blocks Challenge. Und ich sehe schon hier oben wird gerade, was habe ich denn da noch zugefüttert? Ach ja, Solda, alles brauche, Moment, kein Problem, hol dich da rein, habe ich noch ein bisschen was. Wir brauchen ja noch ein bisschen was für die Produktion der Chips, die wir jetzt natürlich hier unten durchreichen. Und dann hier ordentlich andere Sachen draus machen. Also wie gesagt, hier liegen schon 120 von den Dingern, hier liegen schon 40 von den Dingern. Also da kriegen wir auf jeden Fall ein bisschen ein paar Fläschchen raus. Und hier liegen auch schon, ne, da liegt gar nichts mehr, weil hier das Ingwer schon aus ist. Okay, also hier sehen wir jetzt gerade das, was wir mit 200 Ingwer hier vorne erreichen können. Ingwer haben wir nicht allzu viel mehr. Da müssen wir dann wahrscheinlich nochmal drangehen und da ein bisschen was besorgen. Und ich glaube, da brauchte ich Nickel für oder irgend sowas. Aber wir haben 30 Fläschchen. Und 30 Fläschchen. 30 Fläschchen, wir haben die jetzt in Nightown. Wir verteilen sich jetzt hier einmal in diese ganzen Dings. Jeder hat eine Flasche, glaube ich dann. So, verteilt das mal durch hier. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Da hat sich was verteilt. Ich würde sagen, das ist unser Sniper-Turret. Sniper-Turret. 30 Fläschchen. Oh, schon starten. Sollte sich jetzt ausgehen. Vielleicht brauchen wir noch ein, zwei Fläschchen, die hier noch rauskommen. Aber das sollte sich ja... Ja gut, naja. Ja, das sind so die letzten Fläschchen, die sie machen hier. Aber es sind noch ein paar. Gut. Also, wir müssen dann nochmal ganz kurz gucken, wo war denn... Wie war denn Inva-Herstellung? Inva... Tü-tü-tü-tü, hier nicht. Tü-tü. Da, Kobalt, hier Inva-Plates. Herstellung. Molden Inva, gibt es da noch ein Rezept dafür? Nein, Molden Inva. Steel und Nickel. Ah, Stahl und Nickel brauchen wir dafür. Haben wir noch Nickel Inva jetzt irgendwo rumfliegen? Ich glaube nicht, ne? Okay, naja, gut. Dann müssen wir dann irgendwann mal ein bisschen Nickel nochmal wieder machen, irgendwo. Aber, da sind wir ja dabei, ne? So, Sniper Turrets. Ah ja. Sehr schön, gut. Dann kann ich da jetzt mal so ein Sniper Turret bauen, oder? Was brauche ich denn dafür? Gucken wir doch mal. Sniper Turret. Militär. Sniper Turret. Machen wir drei Stück. Da gibt es gleich auf dem Backenzahn. So, gut. Also, das freut mich ja schon mal, dass das jetzt so einigermaßen klappt. Und dann können wir eventuell auch mal dazu kommen, dass wir hier oben weiter bauen. Dass wir dann also unsere Produktion für andere Sachen hier noch denn mit in Gang kriegen. Das heißt, wir müssen auch wieder Sand in die Erbe schmeißen. Also, in die Grube hier. Also, mal ganz kurz gucken. Was habt ihr denn hier für eine Reichweite? Bis hierhin kommt er nicht, ne? So, machen wir mal den ersten Sniper Turret fertig. Wo ist er denn? Da. Gut. Der hat doch schon mal ganz gute Reichweite. So, da kommt keiner von euch ran. Wie geht die wird so aus? Piff, piff, piff. Ach, na. Das ist ja schade jetzt. Da stüpfst du einfach so, ne? Hm, hm, hm. So, okay. Ja, wie gesagt, wenn man die dann halt eben den, äh... Ah, da weiß ich gar nicht, ob die ersten da schon noch dran kommen. Da kommen noch ein paar dran, okay. Ja, wir müssen sie ja nicht kaputt gehen lassen. Das muss man ja nicht mit Absicht herausfordern, ne? Das ist schon richtig. Dann ziehe ich mir die hier unten rein. Dann habe ich die hier unten erst mal. So, also da kommt noch einer ran. Da auch. Das ist aber wirklich grenzwertig, ne? Da auch. Da nicht mehr. Doch, da auch. Ich habe rechtzeitig hochgekriegt, ja. Das ist ja fast... Das war kein schönes Spiel, jetzt, ne? So. Na, bitte, macht nichts mehr. Ja, okay. Oh, ich muss weg. Oh, oh, ich muss weg. Ich muss weg. Ich muss weg. Ach, jetzt renne ich da auch noch wieder durch, ich fiff Vollpfosten. Hä? Ah ja, jetzt doch. Hat der so eine lange Reichweite? Projektiere ich heute 50. Projektiere ich mit Reichweite 30, warte. Reichweite 26, Reichweite 30. Also eigentlich sollte der Vierfelder weiterkommen. Unser Sniper-Tarret. Ach, jetzt habe ich da schon so oft den Sniper-Tarret unten angelegt. Oder haben nur diese komischen anderen da so viel Reichweite. So richtig zufrieden wie ich damit noch nicht. So, jetzt müssen wir hier unten erstmal ein bisschen was rauswaschen. Dann müssen wir die mal da hinstellen. So, und dann brauche ich mal so ein Reparaturwerkzeug. Dann habe ich noch eins. Entschuldigung, dass ich husten musste. Ich habe gerade ein Brösel auf der Schammeile gehabt. Gut, okay. Also das ist alles noch nicht so und aber noch nicht so so richtig ausge...dingsbumst hier. Das ist noch nicht, das gefällt mir nicht. Das gefällt mir wirklich nicht. Aber gut, wir haben jetzt hier erstmal die Ecke weg. Das ist schon mal gut. Aber dann müssen wir noch, da müssen wir noch an uns arbeiten. Das geht auf jeden Fall noch schöner. Um das mal jetzt... Achso, haben wir keinen Klippenspielstoff mehr. Ach, das auch noch. So, ein Schnatter. So, dann Sand sammeln. Dann werden wir jetzt doch noch mal eine Sandrunde machen. Dann machen wir heute eine Sandtour. Und dann gucken wir mal, wie wir denn hier oben gegen die...da sind die da oben waren doch schon... Da oben nicht schon so ganz dicke. Genau. Da war der... Steint oben und der hat... Reichweite 42. Da kommen wir gar nicht gegen an. Also der blockiert jetzt hier noch eine ganze Weile. Oh Gott. Muss die Plasmatürme doch noch machen. Äh, aber die Plasmatürme sind zu weit versteckt, ne? Okay, ähm... Gucken wir mal. Was haben wir hier schönes? Projektiv Schaden. Ne, das hilft uns nicht. Äh, Feuerrate hilft uns auch nicht. Lasergeschütztürm kostet 150. Und das ist der Sniper Turret 2. Der kostet blaue Fläschchen. Die haben wir noch nicht. Und das ist Turret 3. Hat den Effekt... Gar Turret 3. Ja, den war ich auch nicht wirklich. Der hat wieder Reichweite. Reichweite 20. Hm. Was ist das für einer hier? Energie-Buffen. Schaden. Also das ist bloß der... Schaden erhöht. Schaden. Damage, ja. Vogelschaden. Geschützturmschaden. Drohenschaden, ja. Ja, das ist die ganzen... Waffen. Hm. Raketentechnik. Raketenbauplan. Rocket Engine. Tanks and Plate. Da kommt man lange nicht hin. Raketenwerfer Reichweite 36. Das reicht uns auch nicht aus, ne? Unsere Rakete. Was macht die für einen Schaden? Schaden. 200 Explosionen. Ne, gut. Das ist aber schon mal nicht schlecht. Da könnte man vielleicht auch ranlaufen. Ah, das ist natürlich jetzt so dann... Das könnte noch zum Casus Cactus werden. Dass wir dann gar nicht so gut bestückt sind, wie wir das eigentlich ganz gerne haben wollten. Oder wie wir uns das selber gedacht haben. Da könnte ich jetzt so noch richtig Probleme kriegen, ne? Hier habe ich umgebaut, dass es gleichmäßig aussieht. Was fürchterlich, wenn man sowas macht. So, ihr habt hier bestimmt auch schon ordentlich Sand hergestellt, oder? Oh ja, 3000 Sandlinien, ne? Hier auch dreieinhalb Kilo Sand. Hoppala. Das schon mal, äh, sehr beachtlich. Okay, gut. Also, den ganz großen... Da kriegen wir eine Reichweite von 42. Da kommen wir mit unseren Sniper-Turrets ja gar nicht zu Potte. Den müssen wir ja wahrscheinlich sogar direkt noch Opfer-Türme geben. Damit er dann... Abgelenkt ist und viele mit anderen Türmen ihn dann töten, ne? Das ist natürlich auch mächtig fies. Gefällt mir nicht. Mir gefällt die Vorstellung einfach nicht. Dieses Vieh uns da einfach... Sozusagen outplayed. Outspotted. Wird mir wirklich nicht. Machen wir das am blödesten, dass das nicht so... Dass das ein bisschen besser funktioniert für uns. Habe ich da schon eine Idee? Ich habe noch keine Idee. Ich brauche noch diesen Sprengstoff wieder. Wird mir Sprengstoff. Ah, die gehen mir auch ganz schön gehöriger rum. Muss Kasten, aber... Wird sie machen. Klippensprengstoff im Sommer haben. Dann müssen wir gleich an den nächsten, ganz dicht dran vorbei. Achso... Wer kommt bis dahin? Da kommt... Finde ich sowas. Was für eine Reichweite der denn? Ja, 30. Genau wie der Turm. Das ist natürlich ekelhaft. Okay, also es ist nicht mehr so, wie früher, dass die Sniper-Turrets hier sozusagen das Mittel zum Zweck sind und dann alles wegbomben und wir dann einfach ihn noch davon aufstellen und dann geben wir in den Startschuss und dann ist alles gut. Das funktioniert so nicht. Das ist ungünstig. Bisschen zu unschön. Frustriert mich gerade ein wenig. Egal, kriegen wir aber auch hin. Also ihr habt ja sowieso gesagt, die Energiewaffen soll ich da dann erforschen oder die Plasma-Waffen und dann soll ich da drauf gehen. Ich muss den ganz Großen da oben loswerden irgendwie. Das wäre sozusagen noch sozusagen... Nein, also das wäre noch die grandiose Aufgabe da dran, dass wir den ganz oben loswerden. Wir haben hier auch schon die erste andere Farbe und noch eine andere Farbe und noch eine andere Farbe. Jetzt hat es unseren Bund in der Kiste. Das hilft uns aber auch nicht bei anderen Sachen. Der muss natürlich hier warten, weil der ist schon leer. Der fährt da rüber, dann ist er instant leer. Das ist natürlich jetzt auch nicht so gut. Also wir verbrauchen auch mehr von dieser Flüssigkeit, als wir eigentlich herstellen. Dann müssen wir auch unbedingt was neuer noch. Der 30 Reichweite hat, den könnten wir ja wegmokeln. Könnten wir dagegen anlaufen. Weil da sind ja bloß drei Stücke. Also die Ecke hier oben, die kriege ich auf jeden Fall noch befriedet. Sollen nicht das größere Problem sein, glaube ich. Da muss ich mich ja nur schnell noch bewegen. Sehen, wenn er anfängt zu spucken, ab in die Richtung laufen. So, vielleicht einiges hier in meine Richtung. Aber da können wir ja noch gegen angehen. So, da kann ich ja bis da an ihn rankommen. Das stört uns ja nicht immer weiter, was? Das bremst uns natürlich auch aus. Okay, soweit. Ich konnte nur zwei Granaten einwerfen. Das ist natürlich auch sehr wenig. Das ist ja nicht richtig. Wie rotzen sie ja auch hier. Der ist aber auch wirklich ein ekelhafter Wurm. Alter, Rotze-Puffer. Das ist ja nicht sowas hier. Das setzt mir hier die ganze Zeit von Burg. Gefällt mir nicht sowas. Das ist ja gemeingefährlich. So, ich könnte nur über mehrere Gun-Turrets quasi. Also, da müsst ihr mir vielleicht ein paar mehr machen, dass ich die dann innerhalb seiner Reichweite aufstellen kann. Da muss ich bloß mehr die Munition... Warte mal. Immer die Hälfte davon her hier. So, die müssen wir bloß auf die Schnelltaste legen. Ich nehme da keine rein. Meine Herren. So. Das war jetzt... Habe ich einen kaputten? Der ist kaputt. Halt. Merkzeug. So. Gut. Aber die sind auch kaputt. Naja. Das ist quasi eine Win-Win-Situation jetzt hier gewesen. Oder eine Win-Lose-Situation. Also für unseren Win, für die einen Lose. Diesen Tod. Wir leben noch. So, dann gehen wir bis da ran erst mal. Da haben wir ja die nächsten Kandidaten hier schon wieder für unsere... für solche Spuckattacken. Sind aber auch wirklich, ne? Ach, wie ein bisschen eklig. Gut, aber wir schaffen uns hier oben erst mal Platz. Das ist schon mal wichtig. Den brauche ich. Ich brauche die... den Klippensprengstoff, damit ich hier oben die Klippen jetzt hier wegbumsen kann. Oh Gott, das wollte ich gar nicht sagen. äh, wegsprengen kann. Entschuldigung. Ich bitte meine Wortwahl zu entschuldigen. So. Huch. Das sind ja auch noch welche. Gar nicht mehr mit. Lass mich zufrieden. Warte mal. Da kann ich doch jetzt aber mal... Da kann ich doch noch mal hier einen Krieger spielen. so du zieh dich dann mal noch mal da konnten wir noch mal krieger spielen hier so ein bisschen hoch für stück kommt man sich näher da gab es mal so eine werbung keine ahnung ich weiß nicht ob ihr das kennt noch also aufklärungsunterricht über drogen drogenmissbrauch also auf dem unterricht einfach so in ich glaube in biologie oder so kam das zur sprache bin mir nicht ganz sicher ich glaube es war doch es war biologie buch also jetzt nicht aufklärungsunterricht wegen blümchen sondern im drogen drogenmissbrauch und da war halt auch so ein altes plakat von einer anti drogen oder anti alkohol kampagne wo dann halt so ein gerippe war und ein jugendlicher und die sich dann so zuprosteten und dann schluck für schluck kommen wir uns näher und das ist das hat sich irgendwie eingeprägt muss ich ehrlich sagen keine ahnung warum ich das so gut noch weiß aber das hat sich eingeprägt und damals in unserem biobuch das war das biobuch war das nächste buch was ich da jemals hatte weil das war eins aus dem klettverlag ist ja auch egal woher aber dass da waren alle da waren alle dingensküchens drinne von siebte bis zehnte klasse glaube ich also die ganze der ganze bereich so jetzt ist oh gott was ist jetzt hier unten passiert hier unten ist irgendwas kaputt gegangen etwas habe ich jetzt kaputt gemacht was ist hier kaputt irgendwo fast voll ist das nicht das nicht was ist los keine kohle mehr da das ist natürlich so keine kohle mehr da wer weiß noch nicht zwei meter weiter liegt die kohle jetzt hast du kohle die jetzt alles voll und ach naja gut ok wenn wir hoffen dass wir das nochmal dass wir die burn auch hochkriegen wie wir jetzt haben die denn noch ach du schande die sind auch schon richtig runter mit der temperatur das sind dann auch gott wir haben schon ein energieproblem ja wir haben schon ein energieproblem ah fuckit da haben wir jetzt natürlich gar nicht aufgepasst Katastrophe an der Stromanlage. Ich will ja keinem zu nahe treten, aber da hat wieder einer geschlammt und das nicht zu knapp. Dampter Axt. Wo nehme ich denn die Energie raus? Warte mal, ich nehme hier die Energie raus und verheiz hier von ein paar Plex in den Öfen dort. So, alle Öfen angekriegt hier. Soll die Temperatur langsam wieder steigen. Au, der Hammer, aber ja, das steigt doch langsam. Dann müsste langsam der ganz andere Krempel hier wieder anfangen. Ich hole mal noch ein paar Einheiten von dem Zeug und schmeiße da noch ein bisschen was rein, damit sich das hier ein bisschen erstmal ausnivelliert. Kann ich da erstmal ordentlich mit Kohle dabei heizen. Aber hier sieht man schon wieder, das läuft schon wieder ganz gut raus hier. Material. Also es geht schon relativ fix durch. Die heizen schon ganz gut. Wo sind sie denn bei der Temperatur jetzt? 512. Okay, Antennen hier hinten. Das ist jetzt auch schon ausgegangen. Hat schon ein bisschen Dampf. Erzeugt es schon. Und somit auch Strom. Und mit dem Strom schon wieder im grünen. Na, da war man lange nicht. Zack. Nochmal über 30 Charcoal rein. Ah, das ist natürlich bitter. Ja, das ist halt das. Wenn man das alles mit Kisten macht und so, dann läuft man immer wieder in so eine Sache rein. Das Problem ist, ihr sagt mir das und ich renne da sehenden Auges rein. Also ich mache da jetzt keine Gefangenen. Ich renne da sehenden Auges rein und dann habe ich das Problem. Aber gut, jetzt liegt hier so viel von dem Material an. Das ist auch merkwürdig, was dann passiert. Da liegt so viel von dem Material an, dass es dann immer richtig schön Kohleproduktion gibt. Das ist schon mal okay. Okay. Gut. Also haben wir auch noch eine Katastrophe am Ende der Folge gehabt. Die wir aber abwehren konnten bzw. wo wir einigermaßen gut das hingekriegt haben, dass wir das in den Griff bekommen. Und jetzt kommt hier mal richtig von dem Material hier oben an. Sieht auch gut aus. Und dann kann hier ein bisschen mehr Kohle wieder einsortiert werden. Wie sieht es hier oben überhaupt aus mit der Kohle? Ja, gut. Also das lagert sich ein. Ja, irgendwann ist das vorne halt voll und dann füllen sich die anderen auch noch. Das geht ja dann. Das wird sich dann ja irgendwann ausbalancieren. Theoretisch könnte man hier das ja auch ausbalancieren, indem man das bloß auslädt über einen Balancer quasi laufen lässt, was da kommt über vier Räder. Und dann erst den Kisten einsortiert. Dann ist das ja auch sehr, sehr, sehr besser ausbalanciert am Ausgang. Ja, das ist alles Zukunftsmelodie. Okay, gut. Also eine Katastrophe abgewehrt. Wir haben festgestellt, dass wir mehr Inma brauchen. Wir haben festgestellt, dass die Turrets, auf die ich unbedingt so scharf war, dass die gar nicht mal so gut waren für uns. Dass sie das gar nicht mal so gut hingekriegt haben und zu helfen an der Stelle, wo wir die Hilfe brauchen. Wir haben jetzt hier, ja das größte Problem ist halt, dass wir wirklich das Inma brauchen. Wo haben wir denn jetzt? Wo haben wir denn jetzt Military Bullets? Wenn ich ihn gerade aussehen lassen soll. So. Und ja, wie gesagt, das ist natürlich eines der größeren Probleme, welches wir in naher Zukunft lösen sollten. Ähm, dass wir mehr Ingwer haben und da brauche ich Nickel für und die Nickelproduktion baue ich ja eigentlich da hinten. Wenn ich mich nicht recht äh täusche, will ich da glaube ich Nickel draus machen aus dem Material. Ich glaube, ich habe aber noch die Grundmaterialien für Nickel habe ich noch, ne? Also ich könnte noch mal so einen Sack vollen Nickel herstellen. Weil diese Bollos dafür habe ich ja. Irgendwo. Aber hier drinnen, ne? Das gewaschene braune brauche ich dafür noch. Das steht da oben noch rum. Kann ich aber ranholen. Also wir könnten uns nochmal schnell Nickel machen, dass wir nochmal an den Inma kommen und oben den Stahl hin verwenden. Oder die Stahlbarren, dass ich die noch in den Kisten lage und so. Geht auch. Alles klar. Aber das soll es erstmal gewesen sein für heute. Sorry. Und ähm, ja. Also wie gesagt, kleine Katastrophe da unten wieder gehabt. Eine große Katastrophe ist das mit den Türmen. Das finde ich ist wirklich eine große Katastrophe, weil das nicht so schön funktioniert, wie ich es gerne hätte. Na gut. Okay. Aber so ist es halt, ne? Im Leben geht so manches Mal was daneben. Gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne einen Like da lassen. Und ein Abo. Ich würde mich riesig drüber freuen. Bis denn. Tschüss. Tschüss. Tschüss.